Es ist so ein schöner Morgen. Guten Morgen, Leute! Ich singe in meinen Gedanken. Burrito! Burrito in your area. Ich habe geträumt, ich hätte ein kleines Pferd gegessen. Aber keine Sorge, es war aus dem Zeug, aus dem Gummibärchen sind. Jo, in Gelatine sind Tierknochen drin, wusstet ihr das? Eww, dann habe ich ein Pferd gegessen, das aus Pferd war. Selbstzerstörungsprozess eingeleitet. Leute, wann war das vielleicht abbrechen? Oh, worauf hast du da gedrückt? Was passiert, wenn der Timer abläuft? Hallo? Oh, yeah. Ich habe geträumt, wie Jungkook von BTS seine Lieblings-Müsli-Sorten durch ein Megafon aufgezählt hat. Platz 25, Fruit Loops. Nicht die originalen, sondern die Eigenmarke aus dem Aldi. Und Platz 1, vitales Knusper-Müsli-Schoko. Okay, kein Problem, ich muss mich nur richtig konzentrieren. Aus irgendeinem Grund habe ich jetzt das Bedürfnis, sie zu nerven. Tja, ich bin euch zuvor gekommen, ich bin schon fertig. Nein! Könnt ihr mich nicht mehr nerven? Nee, egal, ich nerv dich trotzdem. Nerv, 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 nerv. Ja, alles gut, oder was? Ihr seid voll komisch. Ich will nichts sagen, aber deshalb sagen die Leute, dass wir komisch sind. Oh, es ist richtig heiß hier drin. Ja, es ist ja auch eine Sauna. Was hast du erwartet? Leute, ich habe Bock, ey. Das wird cool. Okay, Leute, ich mache es euch vor und ihr macht es mir einfach nach. Das ist wirklich nicht so schwer. Also, ich komme jetzt schon nicht mehr mit. Okay, pass auf, mein Plan sieht so aus. Ich falte das mit Absicht scheiße und dann faltet sie mir das richtig. Und dann muss ich das nicht selber machen. Nicht die Enden. Einfach falten. Und wenn ihr das gefaltet habt, dann ein bisschen falten. Das ist gar nicht so schwer. Warte mal, habe ich das jetzt aus Versehen richtig gemacht? Das sieht echt gut aus. Das hast du toll gemacht. Hallo. Huh, das zeigt halt rein. Sitzen und schwitzen ist voll meins. Oh, das ist richtig gut für die Haut. Sag mal, warum winkt ihr? Da ist doch gar keiner. Was wäre cooler, wenn hier drin ein Geist wäre? Oder wenn wir langsam am Rad drehen, weil es hier heiß ist, so wegen Halluzinationen und so. Wie lange sind wir schon hier drin? Wer hat den Uhrendienst? Wir hatten einen Uhrendienst. Du riechst echt lecker. Leute, ist da eine Katze? Oder bilde ich mir das an? Was? Ich bin gar nicht da. Ich meine... Miau. Okay, Leute, wir stimmen jetzt ab. Bleiben wir hier oder gehen wir mal langsam raus? Hm? Hat irgendjemand Jenny gesehen? Wow. Eine Offenbarung. Namjoon ist wieder zu intellektuell. Macht was Lustiges. Hallo Party Peoples. Ich hoffe, ihr habt so viel Fun, wie wir ihn gerade am Heaven sind. Ich kann echt gut Katzengeräusche machen. Come on. Ach so. Okay. Jetzt verstehe ich das. Wow. Ich verstehe voll, was ihr meintet. Oh. Ich brauche echt was zu essen. Luft brauche ich auch. Piep. Oh fuck. Was war das denn? 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 Vielen Dank.